Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vanquish. Ja, letzte Mission habe ich ja, äh, letzte Folge sag ich, Mission sag ich schon, letzte Folge habe ich ja ziemlich daneben gehauen. Und wir machen das Ganze jetzt nochmal neu. Ja, das war ja echt, äh, naja, hab ich selbst in Luft gejagt. Ja, und ich hänge wirklich fest. So, jetzt aber. Einmal da. Ich weiß. Aber das machen wir erst gleich. So, erstmal die Dicken da ausschalten. Ah, brutaler Bonus, okay. So, jetzt aber, Todeswunsch. Habe ich wieder selbst gegrillt? Ja, okay. Muss doch etwas mehr Abstand halten. Ach ja, so ist das manchmal in diesen kleinen Games. Hm, man springt sich hier sehr schnell sich... Barrikade voraus, weiterkommen nicht wirklich. Verstanden, Mike, 7, 2. Aufgepasst. Wir müssen die Barrikade wegräumen und weiter vorträgen. Erst nochmal mit diesem dicken Knobelbecher da weg. So. Das Geschütze nochmal gleich von oben weg. Warum ist der Weg noch nicht frei? Kümmerleiter rumzufahren. Bin dabei. Wo davon sind es, welche verletzt schnell aufsammeln. Komm schon. Oh, da fanden sie den Raketenwerfer. Immer den Weg. Alles klar. Nachladen. Ach so, Scheibenwerfer. Ne, ne, ich bleibe lieber mal eine... ...Schrotflinte. So. Nachladen nicht vergessen. Und Munitionen holen. Ja, ja. Halt mal schön ruhig bleiben. Schönes Maschinengewehr. So, Sprengladung platzieren. Haben wir auch geschafft. So. Ich weiß, das mache ich ja jetzt auch. Ich hau's hier ab. Geht doch. So. Das hat gezackt. Okay. Schweres Mg wieder. Na, ich nehme Stumengewehr. Weil ich jetzt nicht weiß, was da von Zukunft. Oh, oh. Ich glaube, es machen wir mal eine zu unseren. Ah, nicht schon wieder die Dinger. Ui. Gut. Komm schon, geh kaputt. Mit's Vieh. Okay. Komm schon. Komm schon. So, jetzt erst mal hier die Sachen aufrufen. Boah. Das war ja mal was wieder hier. Ich komm hier gar nicht mehr. Ganz klar hier. Was da alles abgeht manchmal. Ne, ich bleib erst mal mal in der Flinte. Erst einmal noch. Obwohl, komm. Ich bin wieder auch das Scharfschützengewehr eben. Mal eben schnell. Ja. Gut, hab zwar nur 10 Schuss dafür, aber man weiß ja nie. Vielleicht kommen jetzt hier wieder Feinde entfernte Gegnern, die man damit besser ausknipsen kann. Auf jeden Fall. Oh, Mission geschafft. Ja, die Missions sind relativ kurz, würde ich mal sagen. Aber es reicht. Es reicht. Von der Action her reicht es dicke. Was hier so abgeht, das ist schon echt übelst. So, und weiter geht's. Okay, Sequenz kommt wahrscheinlich erst gleich. Oh, Sturmgewehr. Genau. So, wo machen wir es nun? Okay, irgendwas Großes. Dann wollen wir mal Dama durch den Tunnel jagen. Alles klar. Davon erholt sich die Kolonie nicht so schnell. Das, glaube ich, allerdings auch. Oh, Mann, ey. Zum Zentrum der Kolonie geht's gerade aus. Nicht rühne. Wartet. Der Weg vor euch ist versperrt. Gibt's noch einen anderen? Links vor euch müsste ein Frachtaufzug sein. Damit kommt ihr nach oben. Ja, dann. Schauen wir mal, wo wir nach oben kommen. Erstmal sicher müssen. So, wir machen erst unsere kleineren Soldaten kaputt. Haben wir. Nur drei Schuss habe ich noch. Puh, Autsch. Puh, Autsch. Okay. Diesmal hat es die Deckung aufgehalten, oder was? Ehm, schnell den Kuppel hochgehen. Ja, sicher doch. Lassen wir nochmal in Deckung gehen. Jetzt aber. Stirb. Blöder Roboter. Okay, der hat's erwischt. Ja, ich schieße schon drauf. Oh, wieder ein Roboter. Oh, oh, wieder ein Boss hier. Was zum Henker ist das denn? Was ist's? Also, jetzt habe ich noch einen Raketenwerfer. Oh! ok ich bin nicht mitgekriegt dass ich das teil verwandelt hat so ich habe jetzt ein gewehr sonst unseren klingenwerfer dingsbums sturmgewehr aufmulsioniert perfekt mp dinger und wieder eine teilmission erfüllt aber diesmal bin ich nicht gestorben aber kurz davor und weiter geht's aber wir haben unseren dingsbums verlorene unser ja das ist dieser mic oder das ding hieß der schützenpanzer denke ich mal war das dort unten neben schwer gepanzerte truppentransporter ja nun also wir fahren schon also alles klar lalala so ich hoffe mal das gefällt euch das projekt bis jetzt es ist schon sehr ich weiß nicht aber der andere aufzug scheint in bewegung zu sein eine begrüßung kommando wir haben gesellschaft bravo schon mal den roten teppich aus wo denn ihr nix sehen ok haben wir ok das war die erste feindwelle die zweite kommt wahrscheinlich von der seite denke ich mal oder nee wir sind oben aber wir haben es geschafft ok ok und sollte klappen es geht nicht ok 8 1 feindlich mission 8 kommt 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 hammer was ist der russische peter das gehen ane ane es ist mir mehr nach dem verräter aus dem wir noch in unseren eigenen reihen haben wo wo so ist das ein wendigen klasse schwer gepanzerte transporter da sind wir hier an so wie wir ok ok der ist gut schnell sein anzug ist besser als unser verdammte tat wow 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 so komm her Mist der ist gut ey Spoiler oh ne nicht schon wieder ah ok dieses mal muss ich keine komischen kreisbewegungen machen ja warte wof komm her du blechbüchse ich glaub das hat nämlich geschmeckt wir sind hier fertig ich denke mal das wird der endgegner sein in dem spiel denke ich nochmal man 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 sollte damals ist Tode 5 echt ok briefing beendet warum hat mir keiner was vom Professor erzählt hat sich nicht ergeben ihr beide seid also auf Rettungsmission hier meine Befehle sind geheim nicht wenn wir gemeinsam an der Front sind ich will wissen was ihr wisst Elena und ich unterstehen nicht der Militärgerichtsbarkeit Lieutenant Colonel ich denke was du damit sagen willst ist verpiss dich hackvorgang läuft na gut dann hacken wir uns gleich mal hier rein so ich denke mal dieser mal was gucken im Tier Select Start Kontrollpunkt Waffen Moment kann ich irgendwas machen ne ok Ladequazität Kraft ich guck mal grad nochmal hier durch also das ist das was ich bis jetzt so gefunden habe ok ja ok ok was wollte ich einfach nur gucken so ich denke mal nach dieser Aufzugsfahrt haben wir auch den nächsten Checkpoint erreicht da werde ich auch wieder einen kleinen Cut machen denke ich was mache ich wenn ich oben bin auf der obersten Plattform müsste es einen Frachttransporter geben hecke dich da rein ok auf zur Plattform na dann ja also wenn wir glaube ich hier oben sind das ist ein Kontrollpunkt hoffe ich doch mal denke ich doch mal und werde dann auch einen Cut machen und werde dann damit diese Aufnahme Session beenden und mich doch etwas von dieser Action ein wenig erholen das war doch relativ viel Action hier jetzt ist gerade mal wieder eine kleine Ruhepause genau wir sind jetzt in Akt 2 angelangt genau und sie speichert gerade ab die Playstation alles klar so ich verkummel nicht mehr mal hier hinter so und an dieser Stelle wie da schon angedeutet mache ich einen Cut ich hoffe das Projekt gefällt euch das ist doch mal was ganz was anderes was ich sonst mal gespielt habe sehr actionreich und macht auch Spaß es ist wirklich nur sehr anstrengend damit ich dich hier doch arg konzentrieren muss ja ich hoffe es gefällt euch das Projekt kommentiert es bewertet meine Videos und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Vanquish wieder ich bin der Stony gehabt euch wohl und Ciao 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 Ciao